Liebe Berlinerinnen und Berliner, diese Wahl ist aus vielen Gründen eine ganz besondere Wahl. Vor allem aber ist es eine Richtungswahl. Sie entscheiden am kommenden Sonntag darüber, ob Berlin sich aufmacht in eine Zukunft, in eine grüne und gerechte Zukunft, oder ob Berlin zurückgeht in die Vergangenheit. Wir müssen endlich das tun, worauf es wirklich ankommt. Die Wohnungsnot ist eine der größten Zukunftsfragen unserer Stadt. Wir müssen dafür sorgen, dass die Wohnkosten nicht immer weiter steigen. Ich spreche von der Miete, aber ich spreche auch von den Heizkosten. Wir wollen einen gemeinwohlorientierten Wohnungsmarkt schaffen und die Wärmewende endlich anpacken, damit alle in Berlin, auch in Zukunft noch, ein warmes, sicheres und bezahlbares Zuhause haben. Und wir haben nur noch wenig Zeit, um Berlin endlich klimaneutral zu machen. Nur wenn wir die Wirtschaft transformieren, die Mobilität konsequent umbauen, dann wird Berlin auch morgen noch eine lebenswerte Stadt sein. Dafür müssen wir aber endlich aufhören, immer nur Pflaster auf die Wunden zu kleben und die Ursachen heilen. Dann aber haben wir eine riesengroße Chance. Eine Chance für Berlin, eine Chance für den Klimaschutz und für die Generationen, die nach uns kommen und denen wir auch in 20 Jahren noch eine lebenswerte Stadt hinterlassen wollen. Was Berlin jetzt braucht, ist eine neue Führung, die klare Ziele setzt und die die nötigen Veränderungen anpackt. Ich bin Bettina Jarasch und ich stelle mich am Sonntag zur Wahl. Ich möchte regierende Bürgermeisterin von Berlin werden. Gehen Sie am Sonntag wählen. Jede Stimme zählt für ein grünes und gerechtes Berlin. Und schenken Sie uns alle drei Stimmen. Denn es ist Zeit. Zeit für Grün. Und schenken Sie uns alle drei Stimmen.